Die Idee zum Klebeband ist geboren. Jetzt heißt es für das Team das bestmögliche Produkt zu entwickeln. Denn für die Verklebung einer Geschirrspülerfrontblende gibt es zahlreiche Anforderungen. Zu den Voraussetzungen für eine perfekte Klebelösung gehört es, im Vorfeld die Bedürfnisse unserer Kunden genau zu verstehen und ein Lastenheft zu definieren. Mit dem Wissen um die konkrete Klebe- und Designherausforderung führt der Anwendungstechniker einige Tests durch. Dabei greift er auf Klebebänder aus dem breit gefächerten Portfolio zurück. Falls kein bestehendes Klebeband perfekt geeignet ist, optimieren unsere Spezialisten die Klebstoffrezeptur. Unsere Ingenieure im Labor gehen dabei exakt auf die erforderten Parameter ein. Hier bekommt das Klebeband den letzten Feinschliff. Denn das Klebeband muss ein wahres Multitalent werden. Es muss nicht nur kleben, sondern unter anderem auch dichten, beispielsweise gegen Reinigungsmittel oder Feuchtigkeit. Daher muss das Klebeband komplexen Prüf- und Testverfahren standhalten und die Klebkraft überprüft werden. Hier sind die Erfahrungen und das Know-how unserer Anwendungstechniker gefragt. Erst wenn das Klebeband allen Parametern standhält, sind unsere Experten zufrieden. Damit stellen wir sicher, dass unsere Produkte allen Qualitätsanforderungen gerecht werden. Denn nur dann bedeutet das für unsere Kunden das optimale Produkt für schnelle und saubere Prozesse. Das maßgeschneiderte Klebeband ist fertig. Doch auch hier endet die Arbeit der Bonding Engineers nicht. Damit die Prozessintegration beim Kunden gelingt, wird das Klebeband zum Stanzteil veredelt. Dazu erfahren Sie mehr im nächsten Teil.